Die haben sich nie wieder gemeldet. Nie wieder. Mein Wahljus ist am Anfang des Todes. Hier schleppt Leute. Das ist da nochmal eine ganz schöne Ecke. Heute schon mal hier habt ihr euch das angekommen? Am Strand. Ja. Nee, nee, nee. Sie stehen auch nie wieder. Das ist jetzt alle weins. Aber Frau Bruch. Sie haben gewusst. Das ist noch eine Ecke. Das war ja auch. Das war ja auch. Was soll denn? Ehrlich? Also ich meine, man kann fragen, was geht in Nord. Was geht in Nord? Ich glaube, ich habe dann gesehen, das ist das Wissen, nicht an der Bahn, sondern in die Berge oder am See. Das ist gut. Dessen müssen. Das ist gut, dass ich das Geld nicht mache. Ich bin mir gerendet worden. Ich bin mir gerendet worden. Ich bin jemanden nicht mit einer Kiste. Ach ja, ich sehe es. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben hier ein paar mehr Tieren eingefahren. Wir haben hier ein paar mehr Tieren eingefahren. Was die da hinten praktisch unbeschlagen haben, weil im Wasser erzeugt ja jeder Schwimmer so eine kleine Hochwelle praktisch und daran kann man es richtig gut sehen. Was macht ihr hier? Eure Dachterrasse? Oh ja. Und dann hat er uns doch prompt der Ableger besorgt. Und kurz bevor wir weg sind, haben wir die auch bei uns an die Mauer gesetzt. Die müssen ja so ein bisschen klettern können. Dann hat er die die ganze Zeit schön gegossen. Wir haben hier mehr gehört, dass wir wieder gegründet haben. Ach echt? Ist das so faszinierend? Ich habe mal nie gegossen. Ja, wann hat er gegossen? Ja. 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 Ich bin jetzt so ein ganzes Neues. Ich halte auch schon ein paar Sachen. Ja. Aber er ist wahnsinnig nett. Ja. 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 informatisch. Ich habe da diese Königin der Nacht bejubelt, komm da, und bringt uns ein Blick. Das war die mit der Kaffeemaschine. Das war die Kaffeemaschine. Das war die Kaffeemaschine. Nur bei der Kaffeemaschine ist ein toller Höhe. Aus dem Wienerusstand entdeckt. So Maßnahmen waren nicht notwendig, als sie zuhause weg waren. Ach, eben geht's so! Ich hab's auch eben Toten gemacht. Ja, ja, ich hab gleich die Haar geschlossen. Das Futter kommt. Fütterung. Ja, genau, so sieht's aus, gell? So sieht's aus. Oh, der wird sofort hier gekrault. Warte ich, ob da einer... Das sind doch locker drei Kilometer. Da ist hier eine Durchkrauligkeit, ja. Das ist ja schon sehr gut drin. Für gute Schimmer packen. Fünf Vereine für gute Schimmer, das ist kein Thema. Ja, nun ist das ja heute schon so ein bisschen eine Volksveranstaltung sein, dass sie nicht nur Leistungssport hätten. Ja, wir üben mal. Vor zwei Jahren, die Claudia, die wollte ja dann unternehmen, halt so den Kniffen. Ja? Ja, nicht ich. Ach so. Dann war ja das Wasser zu kalt und dann ja... Jetzt sind alle drin. Jetzt sind alle drin. Jetzt sind alle drin. Ja, ich bin ein Germen. Ja, ich bin ein Klein, der in der Kleine. Und ich bin ein Fehl. Dann komm, ich bin ein Training.